So, welche sind das? Das sind drei. Und schon hat es Aske erwischt. So. Dieses Mal werden sie nicht gewinnen. Das halbe Leben. Die müsste eh schon weg sein. Allzu lange kann es nicht mehr dauern. So, Aske macht auch wieder mit. Oh, und Dieter ist schon besiegt. Das heißt, die anderen beiden halten auch nur noch einen Angriff von Aske zumindest aus. Besiegt. Und besiegt. Und besiegt. Geschafft. 9900 Erfahrungspunkte und drei Seen erhalten. Nürria erreicht Level 44. Saygura. Nörria. Nörria. Sie ist jetzt això. Okay, reicht. Nächster Kampf. Initiative, super! So, damit sind sie schon mal stark geschwächt. Und Asuka schläft nicht mal. Ja, geschafft! 6600 Erfahrungspunkte und zwei Seelen erhalten. So, hallen wir uns wieder. So, muss reichen. Und wir suchen weiter nach Geheimgängen, Leute. Und holen uns jetzt diesen Kanickel. Einfach das Fell, Seele und das Blut hat sich um 45 erhöht. Da ist ein Geheimgang. Aha. Heifiole erhalten, Geheimnis. Ist hier vielleicht noch ein zweiter Geheimgang? Hm, sieht nicht so aus. Na gut. Ich möchte mich hier noch umsehen, ob ich hier vielleicht einen Gegenstand finde, der einfach so herumliegt. Und wir haben ja hier noch gar nicht gesucht. Und auf diese Seite. Hier vielleicht? Nein. Nein. Wieder drei. Okay. Und Asuka schläft. Aber keine Sorge, Leute. Die besiegen wir. Warte mal, das ist Asuka. Darf da auch wieder mitkämpfen. Dürfte. Jetzt darf er wieder. Oh, und die eine ist besiegt. Oh, Asuka ist auch was besiegt. Aber es sind nur noch zwei. Eine. Auf Nürja. Okay. Das war's. Und Asuka ist echt noch draufgegangen. Egal, benutzen wir einen Vampirstein. 9.900 Fahrungspunkte und drei Seen erhalten, weil er erreicht Level 64. Zack. Schon viel besser. Mist. Ich glaube, ich habe uns nicht geheilt. Ach doch, ich habe den Vampirstein benutzt. Ha. Und der Vampirstein benutzt. Ja. ihr geht genauso schnell darauf wie die anderen ja daneben asker 402 mann mal kritisch und trotzdem so war die andere aber ziemlich schwach 16 der frankspunkte und zwei sehen erhalten elena reicht 64 so muss reichen na endlich ich sollte vielleicht wieder ein bisschen mehr heilen nur ein bisschen damit das blut nicht ganz verschwendet wird und da darf sie viel erhalten geheimnis okay mehr wird hier wahrscheinlich nicht sein ich glaube ich möchte gar nicht mal alles durchsuchen leute ich möchte einfach nur umsehen ob wir vielleicht noch irgendwas entdecken oder bei sowas aber ich möchte nicht mehr alles untersuchen wir haben eh schon auf zwei stufen geskillt das sollte reichen half juli erhalten geheimnis und das war's eh schon mehr gibt's hier nicht oder jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher ich glaube ich gehe den weg noch mal kurz zurück rückwärts ob ich nicht irgendwas übersehen habe da waren wir drin das oben links haben wir gefunden und hier waren wir ja okay ich glaube wir haben alles entdeckt das in der mitte haben wir ja auch ja dann können wir gehen so dann haben wir das durch gehen wir wieder nach hause eigentlich hätte ich zuflucht zaubern können aber egal mal sehen wie viele seelen haben wir jetzt 30 wenn ich jetzt den wahren seelenstein benutzt haben wir 55 leute dann können wir eine gute fähigkeit benutzen können wir wieder irgendwas also wir könnten die steuern hoch machen oder die geschwindigkeit der diebinnen erhöhen oder die tierschlachtung verbessern das mit der geschwindigkeit der diebinnen lieber leute so und ich glaube als nächstes wären wir dann tatsächlich die tierschlachtung lieber oder die finanzen ich weiß es nicht keine ahnung äh moment mal wie sieht es eigentlich mit zaubern aus lehmender frost freie sicht haben wir schon eiskometen haben wir schon blend blitz große klugheit gewitter oh haben wir gewitter schon war licht wir haben sturm aber kein gewitter dafür bräuchten wir eine zweite lichtdrohne die haben wir noch nicht kalter schlaf status und eis haben nur war die haben wir aber schon und ultima die würde gehen aber dafür brauche ich 50 seelen ach und deswegen habe ich den bisher noch nicht gemacht haha ok passt schon wir sind die fähigkeiten tatsächlich lieber als die zauber ich habe sowieso eigentlich am liebsten einfach nur an ein speicher stein erhalten 4.917 vieler erhalten blut nektar erhalten so zum verkaufen wir glaube ich nichts aber wir reisen sowieso wieder nach thürich dann gleich ähm dann halt wir könnten uns mal kurz hier heilen und die steuern ja es geht 1106 fila immerhin etwas hier geht's aber also kaufe für uns die restliche rüstung erst mal die wirklich die fanus rüstungen 2 ok so und das hier wird wieder zum sonnenschutzmantel und das hier wird wieder zur krone des kriegers ich glaube ich bin dann vorbei oder können wir uns die dritte rüstung kaufen äh die vierte sondern für den helm bräuchten wir so noch 2900 das geht vielleicht auch noch leute ja geht gerade noch habe ich eigentlich sind die man hier schon verkauft gehabt ja so damit haben wir unsere komplette rüstung für level 60 sehr schön so leute dann würde ich sagen speichern wir hier nochmal und fliegen dann zum nächsten insel also wir haben ja jetzt die die winterinsel haben wir schon fertig die haben wir schon fertig hier das haben wir auch schon oder haben wir schon naja ja haben wir ah und da kann ich mich auch dran ändern ok wisst du was ich möchte die winterinseln da unten jetzt auch gleich machen also die hier nein die hier